Ein Applaus! Merci beaucoup. Und Stephanie, have a safe job! Camila, Camila, Tina, back in the game with the Vice of Switzerland. Ja, warum haben sie gewählt? Weil ich finde, sie ist so eine tolle Bühnenperson. Also auch nur schon, wie sie auf die Bühne kommt. Also müssen wir überhaupt arbeiten, so elegant auf die Bühne zu stolzieren. Und wenn sie nachher singt und das alles verkörpert, ich habe einfach gefunden, dass so eine Stimme definitiv noch eine zweite Chance braucht.